Einen wundervollen guten Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Lippenleser. Wir haben heute mal wieder einen griechischen Philosophen für euch mit dem Namen Platon. Er war damals der Schüler von Sokrates, den ihr in einem anderen Video von uns entdecken könnt. Was ihr alles von ihm gelernt habt, das erfahrt ihr jetzt. Der beste Reichtum besteht darin, mit wenig leben zu wollen. Glücklich sind die Menschen, wenn sie haben, was gut für sie ist. Wissen muss geteilt werden. Größere Steine können ohne die Kleinsten nicht gut aufgestellt werden. Unwissenheit ist der Same allen Übels. Wer kein guter Diener ist, wird kein guter Lehrer sein. Eine gute Entscheidung basiert auf Wissen und nicht auf Zahlen. Das Ziel von Bildung ist die Tugend und das Ziel, ein guter Bürger zu werden. Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg. Nur einen zum sicheren Misserfolg, es jedem recht machen zu wollen. Die Seele ist an ihren Körper gefesselt und mit ihm verwachsen. Gezwungen, die Wirklichkeit durch den Körper zu sehen wie durch Gitterstäbe, anstatt durch ihre eigene ungehinderte Sicht. Zeit ist das Bild der Ewigkeit in Bewegung. Wenn wir das Wohl unserer Mitmenschen suchen, werden wir unser finden. Der Anfang ist der wichtigste Teil der Route. Die stärksten Männer sind diejenigen, die über die Realität nachgedacht haben. Denken ist der Dialog der Seele mit sich selbst. Doch jetzt ist Zeit, fortzugehen. Für mich, um zu sterben. Für euch, um zu leben. Wer von uns dem Besseren losentgegen geht, ist uns allen unbekannt. Das weiß nur Gott. Das Gute wird bei uns Menschen weit überwogen von dem Übel. Tyrannei entsteht auf natürliche Weise aus der Demokratie. In der Geometrie gibt es mehr Wahrheit als in einem Versprechen. Lückenloses Denken ist notwendig, um Wissensquellen aufzubauen. Musik ist für die Seele, was Gymnastik für den Körper. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Nichts entgeht der Perfektion der Ideen. Der Weise ist sich bewusst, dass der Schlüssel in den Fragen liegt. Das Leben muss als Spiel gelebt werden. In Berührung mit der Liebe werden alle zu Dichtern. Um zur Realität zu gelangen, muss man Ängste ausschließen. Armut entsteht nicht aus der Reduktion von Wohlstand, sondern aus der Vermehrung von Wünschen. Die Schönheit ist der Glanz der Wahrheit. Es gibt drei Arten von Männern. Liebhaber der Weisheit, Liebhaber der Ehre und Liebhaber des Gewinns. Jede Seele ist unsterblich, denn das stets Bewegte ist unsterblich. Wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, in der jeder das tut, was er am besten kann. Sich dessen bewusst zu sein, was tatsächlich passiert, verursacht Schmerzen. Es ist gut, über Dinge klar nachzudenken. Zivilisation ist der Sieg der Überzeugung über die Gewalt. Das Sein ist ungeworden und unzerstörbar. Es war nicht und wird nicht sein, denn im Jetzt ist es als Ganzes zusammenhängendes. Nichts Unvollendetes kann für etwas Maßstab sein. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Lassen Sie uns unsere Schritte zurückverfolgen, um die Grundlage der Vernunft zu erreichen. Das Objekt ist eine unvollkommene Kopie dessen, was wirklich da ist. Klugheit erfordert Zeit und Anstrengung, vor allem aber Ehrlichkeit. Sobald Sie zu wissen begonnen haben, ist es unmöglich, nicht aufzugeben, bevor Sie die Dinge so sehen, wie sie sind. Ein starkes moralisches Gewissen ist notwendig, um die Wahrheit zu kennen. Unser Kampf ist es, den richtigen Weg zu finden, Dinge zu tun. Es ist schwierig, die Konturen des Schattens der Lüge zu unterscheiden. Junge Menschen müssen keinen Wein probieren, da es ein Fehler ist, Feuer in Brand zu setzen. Vernunft und Mut werden immer über Tradition und Undankbarkeit herrschen. Wenn ein Mann sich nicht für seine Ideen opfert oder sie wertlos sind, ist dieser oder der Mensch nichts wert. Wenn sie suchen, werden sie finden. Freiheit bedeutet, Eigentümer unseres eigenen Lebens zu sein. Der intelligente Mann spricht mit Autorität, wenn er sein eigenes Leben führt. Es muss immer etwas geben, was dem Guten widerspricht. Die beste Errungenschaft der Ungerechtigkeit besteht darin, rechtschaffend zu sein, ohne zu sein. Das war's mal wieder von uns, mit philosophischen Zitaten von Platon und dem Lippenleser. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt das gerne mit Freunden oder Familie und Leuten, die euch wichtig sind. Wir freuen uns über jeden Support, den wir bekommen können. Vielen lieben Dank und eine gedankenreiche Zeit. Euer Lippenleser Lippenleser Lippenleser